So, play like a legend! Ah, let's play like a legend! Ach, gib auf Trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario der alte Sack! Hm. Oh! 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 Das ist doch schön, die Wege. Aber ich bin wohl wohl bei den Dixen, aber da. Oh! Oh, nice looking putt. And that will drop in for a birdie. I will take that, also into the top five now. Trailing by a few shots after that hole. Next up is this powerful hole. Next stop. Next stop. This shot from about 170 yards out. One extra club required to this elevated drill. Ah, die Scheiße wieder. Keine Chance. Ich keine Chance, ich krieg keinen anderen Schläger. Hier hab ich einen. Hier hab ich einen. Hier hab ich doch einen. Ich glaub ich, ne? Ich hab jetzt... Es klink gemacht. Ich glaub genau die gleiche Scheiße wie vorhin. Ich hab halt schon gelucht. Und jetzt hängen wir hier im Bunker. hohe Russland... Oh, das ist großartig. Ich hab das ca. Just missed. Je. Hyo. Just missed! Wo hast du hier begut gemacht, Henny? überlegt doch mal wie viel ich da noch hätte hinter der fahne landen müssen einstellen mäßig das ist doch nicht normal von anzeige her wonach richtet sich denn die scheiß anzeige weil die meter sind ja sowas von unrealistisch das ist das ist das ist das ist das ist Oh, 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 oh. Ich habe es zu sehen. 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 Ich habe es zu sehen, was hier passiert. Ich habe es zu sehen. 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 Es läuft wieder runter. Und hier sind wir mit der 3. Schuss. 4 Schuss hinter unserer Lieder. Oh, that one just missed the hole. Pretty good shot there. And a par putt awaits him. This looks good. Oh, wonderful effort. Confirms the par. And there is no movement on the leaderboard after that hole. Noch 4? Okay. The honor is yours. Time to hit a good one here at the 15. 3 Schläge. Oh. Oh. Good. All done. Okay. Wow. What a shot. What's in front of them, Henny? Setting up this par 11 feet from the cup. Oh. Oh, that was such a good stroke. Oh. Oh, that's trying to get the disaster that they see. Putting for a par now. Is'n noch auf'n, off'n rand lang geeiert. Maaan, ich Gott. Die Wunden stellen ich mich an der Scheiße an. ich traue dem Frieden nicht so richtig mit der blöden Anzeige da was wird das denn okay danke das war ich gehofft hatte bis man zu sehen wenn wir überhaupt schon mal daran wollten Dankeschön es gibt eine Chance gut ach Roche haben wir mich mit Ruhm bekleckert noch zwei dann wird auch Zeit wird es auch langsam Zeit, dass wir hier fertig werden kurz mal gucken wo es los ist und dann tschüss kurz mal gucken wo es los ist und dann tschüss für sowas wäre es auch nicht schlacht das ist ein paar Das sieht gut aus. Das wird die Momentum behalten. Ein schöner Power-Punk. Ach, ja. Wir sind jetzt 3 unter für das Event. Und jetzt gehen wir auf das letzte Runde dieser Runde. Fünf. Ja, die brauchen wir wahrscheinlich auch. Guck mal, was ist denn hier da? Ja. Oh, well struck. Best Drive's heading for the fairway in my eyes. Well, I think they're attacking this one. They're really gonna go for it. Flieg, mein... Ui. Ja, schön gemacht. Danke. Ich blöde Hund. Voll reingefallen. Das ist es ja. Man weiß es ja eigentlich besser, aber trotzdem hofft man, dass... Es könnte ja klappen. Es könnte ja reichen. Da sind wir da so rauskommen, eh. Sitting at three under par. Currently tied for nine. Gut, reicht. Nicht da hoch. Bitte nicht da hoch. Deine Wolterblock. Ach, wir können immer noch ein Birdie machen. Cool. Dachte ich gar nicht. Mal sehen. Mal sehen, wie es wird. Gut. 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 Dank. Ne, diese Runde habe ich mich wirklich sehr schwer getan. gar nicht. Ne ... Ne... icsiterem. Huh? Well that just about concludes our coverage, I'm Luke Elvie, and on behalf of Ridge Beam plus all the hard working folks at HB Studios, it's good night for now. 100. Oh, es war 50 sogar. Ok. Besteht, hier machen wir schon mal, die lehnen wir ab. Ok, so und den Rest machen wir, den Rest machen wir dann in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt schön gesund und ansonsten alles Jute wünscht euch Opa Mario, der alte Sack von Neuston TV.